Herzlich willkommen zum Abschluss unseres ersten Internationalen Holzbildhauer-Symposiums in Weithofener Teier. Heute findet die Abschlusspräsentation der entstandenen Kunstwerke statt. Ich habe mir gedacht, ich arbeite mit Recyclingholz. Das heißt, das sind Abschnitte von Firma Schrenk, die hat das zur Verfügung gestellt, und habe das dann wie ein Puzzle zusammengesetzt, so ein Thema. Und das heißt Dialog. Das ist für mich das Wichtigste bei einem Symposium. Das Zusammenkommen, dann Dialog, die Konversation. Das ist fast wichtiger als die Arbeit. Das ist eigentlich der Sinn eines Symposiums. Das ist auch aus diesem Recyclingholz und heißt Fluss oder Teier. Diese Welle symbolisiert den Fluss. Diese Säule hat er sich inspirieren lassen von seiner 8-jährigen Tochter. Die, die ihm im Atelier unterstützt und auch regelmäßig zeichnet bei ihm in der Werkstatt. Sie zeichnet am liebsten Vögel. Und er hat sich ihm dadurch verleiten lassen, die Figur eine gewisse Freiheit, eine Harmonie zwischen Vogel und Freiheit herzustellen. Das ist ein zahradliches, funktionses Objekt. Das hier hat eher eine Gartenfunktion, eine optische Gartenfunktion. Ja. Er hat Erfahrung gemacht, dass die österreichischen Frauen gerne Blumen mögen. Und dieser Baum soll eben symbolisieren, das Spiel zwischen Licht und Blumen. Es ist eine klassische Bildhauerarbeit, also eine plastische christliche Figur herauszuarbeiten. Das ist aus einem sehr harten Holz gemacht, aus Eiche. Es ist eben kombiniert mit verschiedenen Materialien wie Zinn und Kupfer. Der Herr Burscher ist leider schon abgereist, weil seine Freundin, die hat leider einen Krankheitsfall gehabt, die musste sofort nach Hause fahren. Der Herr Burscher hatte eine Grundidee gehabt, und zwar eine Bank, eine Sitzbank der Liebe zu machen. Wenn Sie noch Zeit haben, gehen Sie rundherum und schauen Sie sich die Bank von hinten an. Von hinten sehen Sie, dass dort zwei Herzen in Form von zwei Herzklappen zusammentreffen, also eine Bank der Liebe. Da kann man sich zusammensetzen und eben über die Liebe diskutieren. Das ist die Ansicht von unserem Herrn Künstler. Ich wollte etwas Praktisches machen. Er wollte etwas Praktisches machen. Das ist ein Sitzplatz in der Natur. Was ist Ihnen noch näher in der Natur als in einem Baum? Der Adler ist ein Freiheitssymbol für ihn und für das ganze Land Slowakei. Und die Schlange ist uninteresslich zum Sehen, aber wahrscheinlich fürs Böse. Für ihn. Passt. Und eines Abends geht er ganz unscheinbar zu einem Schwammerl hin. Er hebt diesen Kopf hier an und... Oh, da ist es schön. Das ist wie�elt. Das ist einfach. Das ist wie viel Pili. Das ist nicht verhandelt. der Medizin. Also er ist der Arzt der Bäume, er pickt die ganzen Käfer, die ganzen Schädlinge heraus und der Löffel ist ein Symbol der Medizin. Also ein Heilen mit Herz quasi. Er pickt das Böse aus dem Herz heraus, wenn ich das so übersetzen darf. Das zweite Werkstück, also man muss sich sehr loben, das da ist seine gestrige Arbeit gewesen. In der Früh hat er angefangen und ist heute oder sogar schon gestern Abend fertig geworden. Das ist ein fliegender Adler und ich finde, das ist sehr gelungen. Also die Dynamik im Adler selber, die ist bemerkenswert. Also mich fasziniert von jeher schon der Werkstoff Holz, vor allem, weil jedes Stück so einzigartig ist wie auch ein Mensch und es hat mich interessiert, diese Einzigartigkeit herauszuarbeiten, möglichst mit wenigen Eingriffen und deshalb wird dieses Holz gespalten, den Stamm und die abgespaltenen Teile nach oben geklappt, um durch diese Spiegelung diesen Spaltprozess noch einmal zu verstärken. Durch diese Spiegeln kriegt diese Säule auch eine Mitte und ruht dadurch in sich selbst. Ja, ich habe da eine ausgestorbene Tierart dargestellt, den Gewissenswurm. Er ist da ein bisschen eingezwickt, weil das Gewissen manchmal auch drücken kann, auch wenn man es heute sozusagen nicht besonders oft einsetzt. Wenn man in sich gehen will, habe da eine kleine Sitzfläche gemacht, die ist eher für kleinärschige Leute gedacht. Also ich sitze da nicht besonders bequem, aber man kann da auf seinen Gewissen hohen, wenn man will. Das Ganze ist natürlich von der Idee her, ich wollte eine ziemlich schlichte Form machen im Prinzip und habe gespielt mit den drei verschiedenen Oberflächen, also die Rinde, was ohnehin ein Experiment ist, ob die drauf bleiben wird oder nicht, wenn das austrocknet. Das Geschnittene mit der Motorsäge und ein ziemlich grob bearbeitete mit dem Holzeisen. Wie ich in der Früh schon gesagt habe, ein ideales Stück, wenn man Räume hat, die größer als einen Quadratmeter sind, passt das wunderbar rein. Wem es gefällt, der kann da zuschlagen. Es war eine wunderbare Woche mit tollen Künstlern und einer wunderbaren Stimmung. Heuer von 6. bis 20. August findet auch hier im Steinpark das internationale Steinbildhaus in Bosium statt. Wir würden uns freuen, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen.